Einen wunderschönen guten Tag meine Liebe und herzlich willkommen zum neuen Projekt hier. Ein kurzes Projekt, aber ein extrem cooles hoffe ich. Bright Memory Infinite kam letztes Wochenende oder letzte Woche raus und das Spiel ist sehr, sehr speziell. Die Story ist jetzt nicht der Burner, wie man liest, aber es hat extrem viel Action und es wurde von einer einzigen Person entwickelt. Da habe ich mir gedacht, komm, für 18 Euro bzw. 18 Schweizer Franken kann ich das mal kaufen. Geh mal dem Ding eine Chance, weil es hat wirklich nach richtig, richtig viel Action ausgesehen. Und die Action, die will ich gerne haben in diesem Sinne. Neues Spiel. Entspannter Gaming Spaß für FPS Veteranen. Machen wir heftig für FPS Veteranen. Ich bin zwar kein Veteran, aber ist egal. Ich will eine Herausforderung haben. Das Game bzw. die Story geht ungefähr 3 Stunden. Also nicht wirklich viel, also 3 bis 4 Stunden heißt es. Also ich denke nach maximal 10 Parts sind wir hier fertig. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Prolog. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Prolog. Und irgendwie kaumычно. Uhh. Och. Tja. Tschüss. Schellia, sorry to disturb you while you're off. It's an urgent mission from HQ. Each team member has been assigned a survey mission. Begin your investigation as soon as you receive your assigned location. Okay, what's the current situation? Just as the news says, our satellites observe some abnormal weather. It's possible that it could escalate into an unimaginable catastrophe. Understood. I'll contact the closest airfield and head out immediately. Schellia, we've confirmed the deployment of several military units to the scene. Be extremely careful. Understood. I'll contact you again later. Breaking news. An abnormal weather event has been observed in the sky across nearly 20 kilometers outside of the city. Due to these conditions, the fireworks show has been canceled. Please refrain from moving your home and going outside. Interessant. Ein Wetterphänomen. Normalerweise wartet man einfach bis es vorbei ist und schickt nicht eine Sonderagentin dahin, aber okay. Wir müssen das jetzt halt. Um Leben und Tod. Schellia, according to Info from the Frontline, General Lin's Unit has arrived in the scene. General Lin? The top dog at SAI. They say that tech-wise, even we here at SRO can't hold a candle to his guys. So if they showed up, that means there must be more into the situation than it seems. I've locked in the flight coordinates. We'll be arriving at the designated airspace in 10 seconds. Follow your instructions. Activate the warp drive. 5, 3, 2, 1. Activate. Very good. Motherfucker, was ist das denn? Aha! We've arrived in the target airspace. The sky is full of thick clouds and we've got strong winds and lightning. Everything is fine for the moment. No issues. Be in preparation for descent. Sinkflug. Sinkflug. Okay. Oder ein bisschen starker Sinkflug. Ausweichen! Scheiße! Oh je! Oh je! Woo! Oh je! Entstanden. I'll inform the other team members. For now find a safe place to descend. Roger. Turbulenter Start. Turbulenter Start. Okay. Ja na da, naptipost. Veränderungen. Bezirk Lishui, der Duxio-Fluss. General Linhs Vanguard ist nahe nach dem Drop-Site. Ich schreibe Wake für Rückruf. Geh' rande. As for that black hole, we don't have enough info. We're counting on your intel. According to satellite intel, General Linhs Unit has already landed. Watch out. Ich darf jetzt auch selber was machen? Danke. Okay. Okay. Die Kacke ist am Dampfen. Das ist die Situation. Die Kacke ist am Dampfen. Aber die Grafik dafür, dass es eine Person alleine entwickelt hat, ist schon geil. Left Shift um zu rennen. Das ist klar. Ja, ja, ja. Geh' drauf hier. Was sind das da für Spezialattacken, die mir angezeigt werden? Oh shit. Okay. Ducken ist am EC. Okay. Lass mich in Ruhe hier. Halte Tapp um Projektile abzulenken. Ah. Okay. Entkommen sie von der Brücke. Jetzt werde ich sie hier sogar gesiezt. Wahrscheinlich hier. Zerschlagen. Du musst aber nicht gleich runterfallen. Sind denn die? Da ist einer. What? Heilige Scheiße. Was ist euer Scheißproblem denn? Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Nö. Ah, doch. Heieieiei. Da ist einer. Sollen sie es aber wissen, du. Scheiße, ey. Ey. Wo ist der letzte? Da links. Ah, da oben. Gut. Okay. Saubere Sache. Wie hinten irgendwas? Nein. Habe ich nur die Waffe? Scheint so, ha? Ja, gut. Wo ist er? Lass mich mal in Ruhe hier. Wo ist er denn? Da. Yes. Yes. Das waren alle. Schlüpfen sie durch die Lücke im Zaun. Irgendwie verliere ich keine Munition. Mit F schlüpfen wir. Ach er je. Und jetzt? Tab drücken, um Nahkampfangriffe zu parieren. Halte E um den Gegner in die Luft zu heben. Holy shit. Gegner in der Luft heben und EEE drücken, um mit der Luft anzugreifen. Aha. Wuhu. Okay. Die weiße Leiste über der gegnerischen Lebensanzeige ist deren Rüstung. Während Rüstung vorhanden ist, kann Gegner kein effektiver Schaden zugefügt werden. Halten sie während eines gegnerischen Angriffs Tab gedrückt, um den Angriff zu parieren und die Rüstung abzunutzen. Okay. Komm mal her. Oh shit. Komm mal hoch. Oh scheiße. Ey. Sag mal. Hau mal in die Birne rein. Geht das? Okay. Aua. Ah, 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 ah. Wuhu. Ha, ha. Nochmal F. Was ist mit F? Gnadenstoß. Ah, noch einer. Okay. Laufen und Left Shift, um auszuweichen. Ah, okay. Nice. Schrapp mal zu hier, los. Was ist das da? Keine Ahnung, aber ihr habt es geschafft. Spezialmunition. Feuermodus wechseln, was sind das? Granaten? Hier ist glaube ich mit E, genau. Hi, Motherfucker. Was ist das? Ne, mach wieder normal hier. Wo ist der andere Boy? Keine Ahnung. Oh, noch mehr Spezialmunition. Okay. 56. Hallo? Oh, der ist doch tot. Okay. Hier geht es nicht durch. Ich denke mal, ich muss runter. Komm her. Wunderbare Sache. Der nächste da hinten. Oh, shit. Das ist wieder so ein Kollege. Mach mal ein Konter hier. Los. Dann gehe ich halt in die Luft. Kein Problem. Und jetzt. Komm her. Next. Los. Los. Hauptsache da sind noch Schirme in der Luft. Okay. ein bisschen Junge. Noch einer. Eieieiiei. Eieieiiei. Liegt der immer noch dort? Was ist das denn überhaupt für Munition? Komm mal her hier. Schlitzchen auf den Wichser. Aha. Okay. Was haben wir hier hinten? Nichts. Okay. Suchen sie einen Fluchtweg. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hoch? Ah, ich habe eine Idee. Hier hoch. Zerstören sie bestimmte Kisten, um Reliquien zu erhalten. Sammeln sie zehn Reliquien, um ein Reliquiar herzustellen. Mit dem von Reliquiaren können sie ihren Exo-Arm, Lichtschwert und Warnfähigkeiten verbessern. Okay. Jetzt habe ich fünf von den Dingern, ha? An der Wand entlang rennen. Hm. I like that. Jetzt haben wir hier. Normale Munition. Komm mal hoch hier. Ja. Noch mehr Reliquien. Sehr gut. Was ist jetzt schon wieder los? Jetzt schießt da wieder einer auf mich. Da. Da. Oh, da oben. Fucking Scharfschütze. Wo ist der Letzte? Wo bist du? Da. Ne. Ah, da ist er. Lol. Jetzt muss ich wahrscheinlich da nach drüben. Ei. Abstoßen. Rennen sie in der Wand lang und stoßen sie sich ab. Ah. Okay. Ah, jetzt checke ich's. Okay. Und dann kann ich... Oh, 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 oh. Schön ruhig. Okay. Okay. Verbiss sie, Junge. Binden sie... Fliehen sie durch das Fenster. Durchs Fenster. Ah. Ja, das machen wir morgen. Für heute ist es erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Vielen Dank.